Wahrscheinlich, ne? Ja, aber warum soll ich das tun, wenn mir Vodafone Spanien, das EU-Romi zum Amerikata verkauft? Warum schaust du das raus? Was mache ich? Hast du das ausgesprochen? Nee. Außerdem... Ja. Das ist ja putzig. Ja? Ja. 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 Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Deutsche nutzen auch die britische SIM-Karte von 3. Ja. Ja. Ja gut. Das kann man ja machen. Ne? Fremobile ist auch schon im Angebot. Fremobile. 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 Wie soll sie sagen? Fremobile. Aus Frankreich. Das nutzen dann auch immer sehr viele, die mit dem Wohnmobil durch das Land touren. Ja. 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 Ja.